Heyo Starsten-Sternchen, was geht? Die Leute fragen mich immer wieder New? Ich sag immer Ja, die sagen immer Und ich sag immer Und das ist das Video Ahaha Wisst ihr, ich hab mir mal so gedacht Mensch, wie wär's denn mal Wenn ich einfach mal ein normales Let's Play Dadurch ersetze, dass ich hier einfach nur scheiße mache Indem ich, na was ist los mit dir? Indem ich hier einfach mal eine wunderschöne Kombination nehme, zum, ich bin tot Naja, auf jeden Fall Die Kombination Twins und so weiter Mit Twins und Hornet, äh nee das Wasp Mit Twins Wasp und ähm Ich werd mal so ein bisschen Spaß haben in den Schlachten Ich sag ja nicht, dass ich multen werde Um Gottes Willen Ich bin die schnellste Wasp aus Mexiko Wartet, wartet, oh mein Gott Oh mein Gott, ich komm an die Flag Oh Leute, 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 Leute Wisst ihr was, wisst ihr was, wisst ihr was Ich leg mal lieber ein Zahn zu Oh mein Gott Die treffen mich gar nicht Und ich hab FPS Einbrüche for the win hier Okay, ich bin tot Es war auf jeden Fall schon eine gute Aktion, ne Wir müssen es mal nochmal machen Also ich bin auf jeden Fall weit gekommen Die haben damit gar nicht gerechnet Die konnten gar nichts machen Nicht, weil mein PC ist bei dem Speed hinterher gekommen Junge, der fährt sich fest Wenn ich mit ihm fertig bin, Alter Ohne Spaß die Panzer von den Leuten, ne Wenn ich mit denen durch bin, ey Junge, da können sie erstmal beim TÜV einen Termin machen Da geht nichts mehr bei denen Eiskalt gekillt Eiskalt Eiskalt wie Cola Junge, Junge, Junge Oh mein Gott, Freunde Easy going, Alter Sowas war von easy Das ist die Das ist die Nein Was Was, Alter Was Ist nicht dein Ernst, Alter Mit meiner wunderschönen Wasp Was, Alter Was Oh So ein Skiller So ein Skiller, Junge Da kommt sie gar nicht klar Da kommt sie gar nicht klar Die wissen gar nicht, was hier abgeht, Junge Die sind so schlimm, Alter Die sind schlimm Versucht mich doch zu treffen Kommt nur Kommt nur ran auf den Meter, Alter Ohne Spaß Oh mein Gott, der meint's ernst Der meint's ernst Der meint's wirklich ernst, ne Ist mir ein bisschen zu schlecht, ne Dieses Niveau, was hier vertreten wird Das ist so langweilig Pah Schämt euch Pah 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 die leute fragen mich immer bis die freunde die leute fragen mich immer wieder nach wie schaffe ich es mit wasp so übel abzugehen und ich sagte die leute fragen mich immer wieder die leute fragen mich immer wieder wie schaffst du es eigentlich so krass mit man die leute die frage menschen wie schaffst du es eigentlich so weit nach oben zu fliegen und ich sagte immer wieder leute das geht einfach nicht das geht nicht da müsst ihr so sein wie ich die 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 wissen so einfach nicht denn die man denkt sich so das ist easy man das ist easy peasy aber das ist gar nicht so du musst dafür richtig steil gehen so wie hier zum beispiel dann da jungs jungs nicht schießen jetzt könnte schießen jawohl wo ist mein kotzeimer ohne spaß schaut mal ich bin spider-man die tation TIME ist ein heiß 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 oh oh mein gott da hat das hat der anstand an warte fünf sekunden war 15 sekunden ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht Oh, den ist heiß Eindeutig, eindeutig, der Junge wurde geblitzt Warte, 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 ich stelle mich als Blitzer hin Ich stelle mich als Radarkontrolle hin Mich sieht keiner, mich sieht keiner hinter dieser Ecke Okay, Jungs haben wir jetzt alle halt das lassen Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Zu schnell, zu schnell, zu schnell, das ist hier eine Spielstraße Ich werde immer wieder gefragt Wenn ich einen Allradantrieb in meine Wasp installiere Wie geil bin ich dann Und ich sage denen immer wieder Leben wie Larry Oh, das ist heiß Das sind Skills Das sind Skills Habt ihr es, habt ihr es Mal mal, hol die Kamera Unfassbar, dass sich meine Nachbarn noch nicht beschwert haben Ich glaube, die rufen gleich den Krankenwagen Allradantrieb So, Achtung, Freunde, Straßensperre Straßensperre Ich frage mich, wie lange es dauert, bis der erste Idiot rüberfährt So, man muss jetzt hier langsamer fahren Da ist, wie die alle weggenatzt werden Der letzte bremst eiskalt ab Und da kommt trotzdem nochmal die Mine Alles klar, lass mich mal rauf Lass mich mal rauuup Seid ihr bereit für die Straßensperre? Seid ihr bereit? Ich hoffe es, ich hoffe es So, Freunde, lass schon wieder eine Mine weg Ich bin noch nicht mal fertig mit dem Legen der Straßensperre Und die fahren hier Wir haben hier leider ein Konzert Hier müssen auch Kinder rüber Aber deswegen müssen sie etwas vorsichtiger fahren Was das angeht Es ist ja, es dient ja nur ihrer eigenen Sicherheit Wir müssen hier den Tunnel sperren Hier sind gerade Bauarbeiten Aber deswegen müssen wir hier leider den Tunnel mal sperren So, wir sperren hier alle Durchgänge Alle Durchfahrten Junge, Junge, Junge Ich glaube, der war jetzt ernst hinter mir Der war jetzt, glaube ich, ernst Der Typ, der hinter mir war Ich glaube, der kommt gleich hier durch, oder? Ich glaube, der kommt da gleich durch Schaut mal Der ist die Spur eiskalt lang gefahren So, okay Der nächste, der hier hoch will Der muss erstmal die Straßensperre irgendwie umgehen Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwas getan hätte Ich habe jetzt eigentlich Macht das wieder auf besseren Jahren, ist ja klar Das war's